Hallo ihr Lieben, da wir uns mitten in der Bärlauch-Sessor befinden, machen wir heute ein leckeres Bärlauch. Hierfür benötigen wir Bärlauch, Kartoffeln, Lauch, ich habe hier eine Hafersahne, weil ich Kuhmilchprodukte ja nicht so gut vertragen. Ihr könnt aber auch normale Sahne nehmen oder ihr könnt auch Crème fraîche nehmen. Dann brauchen wir Gemüsebrühe, da könnt ihr auch die selber gemachte nehmen. Ich habe mich heute für die aus der Dose entschieden. Öl, ein bisschen Honig. Wer es vegan möchte, kann auch natürlich Agavendicksaft nehmen. Dann des Weiteren brauchen wir Pfeffer und Salz. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich hoffe, ich konnte euch wieder was Leckeres zeigen. Das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox. Und viel Spaß beim Nachmachen. Und ich hoffe, euch schmeckt das Süppchen genauso lecker wie mir. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018